Ein Vertriebskonzept, das von echten Marktkennern entwickelt wurde, das ist das Herzstück des Immobilienlizenzsystems German Homes. Denn die Akquise neuer Aufträge ist das A und O für jeden Immobilienmakler. Dieses Lizenzsystem legt besonderen Wert auf den Nutzen eines professionellen Immobilienmaklers und weiß dies auch zu kommunizieren. Da German Homes sein Konzept ständig hinterfragt und weiterentwickelt, haben die Lizenzpartner des Unternehmens gute Chancen, dem Wettbewerb anhaltend immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Die Partner profitieren unter anderem auch von Marketingaktivitäten des Lizenzgebers. Klicken Sie jetzt hier und erfahren Sie mehr über die Konditionen des Lizenzsystems German Homes.